Ja, willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, meine Lieben. Ich hab gesagt, wir machen mit der Story-Mission-Galte und das machen wir auch jetzt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Äh, fuck. Ich kann ja nicht zufällig hinfahren. Hä? Oder? Kann ich ja hinfahren? Nö, ne? Verfickte Scheiße. Ich bin ja schon da. Fuck. Naja, egal. Dann laufen wir das Stückchen. Und hoffen mal, dass wir nicht allzu sehr abgeknackert werden. Abgeknackert. Ach, dieser Scheißfliecher da unten. Ja, Hilfe. Ach, Maul da unten. Scheiße. Nein, lasst mich. Ihr fresst das einfach. Fickt euch. Oder ich verpiss mich einfach. Ist vielleicht noch geiler. Boah. Herr Reginald ist nur einer von vielen illustren Gästen, die zu meiner Tee-Party kommen werden. Ich hab auch Prinzessin Fluffybutt eingeladen. Die hat Möpse. Das würdest du nicht glauben. Die holst du später ab. Die hat Möpse. Ich bin der Rohr. Naja. Die hat Möpse. Wahrscheinlich wie unsere liebe Kollegin Scheiße. Äh, Ellie. Entschuldigung. Kanate. Yes. Ich bedanke mich recht herzlich. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, wer oder was auf ihn schießt. Aber ich verpisse mich einfach mal ganz dezent. Alter, ihr geht mir auf den Sack. Maul. Du auch. Bin ich gut oder bin ich gut? Nein. Du bist weder gut noch toll. Was hab ich da überhaupt für ne Waffe? Hält man grad mal so ein. Die kann eigentlich weg. Da ist ja jede Waffe besser. Hier. Die nehmen wir nicht. Aber wir nehmen mal... Krass. Ne Pistole mit Turmschaden. Ah, ich könnte auch mal wieder verkaufen. Fällt mir ein. Ähm. Nein, die wollte ich gar nicht. Ich wollte, wenn, dann... Ja, denke ich mir auch. Hm. Ja, ne? Ja. Ne? Dann, äh, nehmen wir die. Scheiß drauf. So, wie schaut's aus. Ich hätte gerne mal gewusst, darüber müssen wir, gell? Ach, wird das witzig. Was ist das denn für ein Mistvieh? Sag mal. Jetzt mal ehrlich. Schießt er uns so ein Wichser ab? Da opent der, gell? Ja. Ach, Maul. Das ist er. Fickte Scheiße. Ich glaub, der hilft uns. Ja, der hilft uns. Dann ist ja alles gut. So, du stirbst jetzt. Und auch nicht. Wow. Und tschüss. Hilfe. Ähm, Hilfe. Verdammte Scheiße. Ja, Waffenwechsel. Hilfe. Okay, weiter geht's. Du bist böse? Ja. Badass, Goliath. Shit. Ja, so geht's auch. Sag mal, wo werde ich denn geschossen? Würde ich mir ein bisschen vom Boden auf die Fresse kriege. Da zum Beispiel. Ne, tut's auch nicht. Ah. Da muss aufpassen, wo er hinschießt, der Typ. Äh. Ach, komm. Du bist zu klein. Ich kann dich nicht messern. Der war zu klein. Ich konnte ihn nicht messern. Was ein Scheiß. So, Munition und Energie. Ich hoffe, das ist Munition. Ja, ha, ha, ha. Schön. Ja, machen wir. Gibt's hier irgendwas? Nö, ne? Ah. Muni. Ne. Gesundheit. Einmal und, keine Ahnung. Ja, ein bisschen was können wir nehmen. So. Was soll ich denn machen? Ja, ja, ich... Warte. Hier, es wird... Uh, was ist das denn? Ein Stalker-Klassen-Mod. Ah ja, okay. Pistolen verraten. Gut, brauchen wir eigentlich nicht. Krass. Was ist das denn? Blaues. Furchtlos-Skill und Überfall-Skill. Plus zwei. Ja, den gucken wir uns nachher mal an. Was ist das hier? Nochmal ein Mod. Krass. Ach, wie schön. Ich hab vergessen, wie... Wie spaßig das Sammeln hier in dem Spiel ist. Okay. Gute Entscheidung. Ja, gleich. Also, ich hab mir den Mist. Okay, danke. Äh. Ja, da sieht man's ja schon. Okay, komm her. Damit, damit... Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Äh. Ich stupse ihnen in den Bauch. Stups und stups. Und jetzt? Hoppla. Ich höre den Zug. Er kommt. Countdown. Zehn. Neun. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Wo ist die Rakete hin? Wow. Äh. Tja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisshelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Äh. Nimm das Rohr auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rapsong von mir. Ach, mach Dinger. Dass das ein Rapsong ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt die Dubstep-Metal-Remix. Kleine Lisa Simpson. Ähm. Ja. Komm mal. Okay. Äh. Ach, natürlich. End of the line. Dann reißen wir doch mal. Das ging ja schnell. Durchsucht den Zug. Wahrscheinlich bewahren Sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Das kann sein, aber ich verkaufe erst mal den Shit. Ah, das kriege ich wieder hin. So, ja, Maul. Weg, 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 weg. Scheiße. Feuerwaffe verkauft. Bleibt. Äh. Klassenmord. Bleibt. Der kommt weg. Bleibt weg. Der kommt auch weg. Was ist das hier? Ein Skin. Cool. Wusste ich nicht. Der kommt weg. Der kommt ebenfalls weg. Der kommt auch weg. Das ist ein Schild. Mit. Ladeverzögerung. Vergleichen. Ich möchte mal gucken. Ja, dann weiß ich doch, was ich nehme. Dann rüste ich doch mal unseren Schild auf. Äh. Ja. Komm her. Ah, hier. Was hatte der andere Schild denn, wenn ich fragen darf? Wenn es aufgebraucht ist, setzt er... Äh. Das ist aber eigentlich cooler. Deswegen, ja, lassen wir das so. Und wir gehen weiter. Wir gehen weiter und wo müssen wir denn hin? Äh. Maul? Natürlich. Ich muss jetzt da unten lang, oder was? Ist klar. Oh, Fick. Scheiße. Ihr fresst das und haltet die Maul da. Ja, okay. So funktioniert das auch. Ja, Entschuldigung. Ich war jetzt noch ein bisschen perplex. Ah, Iridium. Schön. So, wir sollen auf jeden Fall den gepanzerten... Ah, ja. Äh. Finde den gepanzerten Waggon plus den Kammerschlüssel besorgen. Einfach. Oh, oh. Na, komm. Na, komm. Hey, weil du keine Munition mehr hast. So, vielleicht klappt das ja. Jo, es klappt. Scheiße. Na, komm. Ich hab' ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Ne, das bringt nichts, glaube ich. Na, komm. Nein! Fuck. Ich hab' vergessen, die Finger gibt's ja auch noch. Scheiße. Oh, oh. Ha! Daneben. Scheiße. Scheiße! Hahaha. Daneben. Der ist auch weg. Alter, Schwede. Wo ist er? Wo ist der Bot? Den hab' ich getroffen. Ne, den nicht. Doch nicht. Verdammt, komm her. Hahaha. Alles klar. Jetzt sind wir doch schon fast da, oder? Ja. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich möchte hier erstmal das ganze Zeug aufsammeln. Wäre sicher nett, wenn ich das machen dürfte. Oh nein, nicht noch mehr. Granaten. Hab' ich noch ein paar. Erdkomm. Die könnte ich da... Die könnte ich da... Ja, hat wohl nichts gebracht, ne? Scheiße. Ich glaub' ich glaub' wir haben ein bisschen viel Geld, kann das sein. Ding! Was ist das? Äh, voll. Äh, mal ganz kurz. Ist mir aufgefallen, die kommt weg und wird durch... Äh, pfff. Ja, scheiße. Können wir denn nicht wegrennen, nachladen? Die können wir mal auswechseln. Und was ist mit der? Die können wir gegen die auswechseln, ja. Was ist das denn? Boah! Du Scheiße. Okay. Als der mit dem Zeug... Was haben wir denn hier Feines? Einmal... Eine... Äh... Jakobswaffe. Jakobswaffe. Ich kenne Jakobskrönung über... Äh, eigentlich...